Komm, erzähl doch kein Blech. Was soll denn das jetzt mit den Fallen? Hey, das Spiel, wenn es groß wird, will es mal ein Jump'n'Run werden. Echt. Nee, komm, das soll doch kein Jump'n'Run sein. Wirklich fix. Zack, zack, zack. Wir sind in Sicherheit. Außer das Gebäude stürzt jetzt auch noch ein. Ich merke das schon, wie du auf mich schießen willst. Aber nichts triffst. Wie er sich duckt. Wie er sich duckt. Hey, ja, komm, da legt er einen Sprint rein und rollt auf mich zu. Alter, 50 HP nur noch wegen dem Scheißerchen. Fett Gegner en masse. What? Nein. Einfach bloß weg von mir, okay? So, jetzt können wir das nächste äh, nächste Nano irgendetwas runterladen. What? Was ist da jetzt schon wieder explodiert? Mann, macht mir doch nicht so viel Angst. Wie der Krieg entstanden ist. Äh, nicht wie der Krieg entstanden ist, sondern wie die Menschen den Krieg gegen die Maschinen verlieren konnten. Da dürfte es keine Gegner mehr geben. Sag mal, der Typ, der ist ja wirklich, der hat sie nicht mehr alle, ne? Das ist, äh, Freund der Nacht. Ne, du bist ein kleiner Lügner. Es dürfte es keinen Gegner mehr geben. Hier gibt es viel zu viele Gegner. Gegner. Von allen Seiten kriege ich was aufs Gesicht. Sag mir, dass ich alle habe. Oh, jetzt kommt so ein Jump'n'Run-Ding ins, ne? Ich merke das schon. Ja. Ja, ich hasse sowas. Wenn ich runterfalle, dann verfluche ich das Spiel. Das tue ich sowieso schon. Mit diesen Jump'n'Runs, das kann ja wohl nicht sein. Aktivieren. Geht nicht auf. Doch. Wir haben erstmal... Alter, geht mir jetzt bloß nicht auf den Sack, ihr Scheißerchen. Nee, komm, jetzt lass es doch. Geh raus, bisschen spielen. Du kannst eh fliegen. Abflug mit dir. Oh, nee. Schon wieder so ein Kack. So, einer weg. Was hat der gesagt? Headshot. Hat sich so angehört. Viel Power. Alter, jetzt kriege ich wieder aufs Gesicht. Von wo denn? Ich habe ihn getroffen, aber er steht noch. Das geht doch nicht. Stirb doch einfach. Auch voll daneben geschossen. Jetzt habe ich ihn. Super. Munition. Jetzt schon wieder Aufzug. Mann, ich will nicht zum Constructor, wenn ich keine Munition habe. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. It's very, very bad. Da hinten läuft wieder was. Munition, zack. Oh ja, da kommt... Oh ja, oh ja. Jetzt ist die Hölle richtig los. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. So. Jetzt haben wir richtig Probleme. So, ja. Er weicht wieder aus mit seinem epischen Matrix-Move. So, einer ist down. So, wir brauchen dringend diesen Mörser. Diesen Elektro-Mörser, um uns ein bisschen zu retten. Ja, ey, komm, wie soll ich denn da durchkommen? Nirgendwo Medipack da, wo man es braucht. Das ist halt... Wie viele große waren das jetzt? Drei große Max? Und dann noch ein paar Schuss-Max hinterher geschoben. Keine Chance. Aber auch gar keine. Jetzt ein bisschen still, weil ich gerade probiere, den hier so schnell wie möglich mit meinem... Elektro-Mörser down zu kriegen. Aber das funktioniert irgendwie überhaupt nicht, so wie ich mir das vorstelle. Aber da hinten liegt Medipack. Alter, heul nicht rum. Ich habe dieselben Probleme wie du. Wir sind eine Einheit. Ja, du musst dich einfach mehr anstrengen jetzt. Ich gebe schon mein Möglichstes. Aber du bist nicht wirklich auf meiner Seite, habe ich das Gefühl. Ey, der hat voll mein Medipack zerstört. Habt ihr das gesehen? Alter, lauf! Du musst sprinten! Zack, jetzt. So, ja, hier ist ein Explosionsfass. Oh, das hat gesessen. Ich muss keins holen, aktivieren. Passiert jetzt? Aha, die Treppe wird von uns für den König heruntergelassen. So, speichern. Äh, das ist allerdings ein kleines Problem, ne? Ich würde mal sagen, dann knallen wir mal schön rein. Oh, Laser. Alter. Alter. Oh, geh weg von mir. Oh, nee, Roboter. Oh, nee, Roboter. Ja, ganz toll. Ja, ganz großes Kino wieder mal hier. Ey, auch noch so Nahkampfdingen. Einfach nur noch nerven. What the fuck? Geht mal weg von mir jetzt. Der ist richtig bitter gerade. Ich brauch dringend Health. So, anscheinend hab ich alle. Denn er schießt wieder auf uns. Ja, was? Auf was soll ich denn schießen, Mann? Der ist doch wohl ein Witz, der Laser. Dem kannst du ja nicht ausweichen. Ich, ja, was ist denn das? Was ist denn das? Dante, scheiße. Ja, alles nochmal. Komm. Was gibt's denn da zu lösen? Was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hinschießen? Auf den Laser oder was? Wenn ich hier stehen bleibe, dann geht es. Okay. Dann trifft er nicht. Aua. So, irgendwas. Ah, das hat er getroffen. Okay. Einfach sterben. Okay, bitte. Ja, da kommt der Laser wieder, obwohl ich noch nicht alle getötet hab. Ey. Willst du mich verkohlen? Willst du mich denn wirklich so verarschen jetzt mit diesem Endgegner? So, einfach überall irgendeine Granatenkacke hin. Elektrogranaten, dann kriegen wir das vielleicht auch irgendwie auf die Reihe. Ja. Okay. Ja.